Seid mir gegrüßt und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Everquest Geschichte. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit dem Ursprungsort der modernen Besiedlung des Mondes. Wir werfen einen Blick auf den Teleportationsreisebahnhof Venexus sowie dem Verbindungsstück zur Mondoberfläche, dem Never Be In Lair und auf der Oberfläche selbst werden wir den beiden angrenzenden Gebieten Marusseru und Dawn Shroud Peaks einen Besuch abstatten. Der Nexus war nicht sehr groß, hatte aber wahrscheinlich die höchste Konzentration an Arcana Energie, die man nirgendwo sonst auf Noraf oder Luklin finden konnte. Der Nexus wurde nach Ankunft von Cutters Loyalisten im Combine Empire Design ausgebaut und funktionierte als Drehscheibe für Reisen zwischen Noraf und Luklin. Er lag tief im Mondinneren in der Nähe des Mondkerns auf einer mysteriösen schwarzen Kugel. Die Hauptkammer war kreisförmig mit einer hohen, bogenförmigen Kuppeldecke. In der Mitte befand sich eine erhöhte Plattform, die von vier Türmen umgeben war. Sie ähnelte denen, der in Noraf bekannten Portaltürme wie in North Karana, Greater Feydark, Toxulia Forest, Dreadlands oder The Great Divide. Alle Reisenden, die von Noraf aus über einen der fünf Nexus Ableger kamen, landeten hier auf dieser Plattform. Die Böden und Treppen waren aus feinstem Marmor gefertigt und mit wunderschönem Onyx, Silber und Gold verziert. Dieses Erscheinungsbild ließ den Nexus noch wundersamer wirken, als er eh schon war. Vier Tunnel führten jeweils von der Hauptkammer sowohl zu verschiedenen Zielen auf dem Mond, als auch zu einem Teleporter, der die Rückreise zu einem Ziel auf Noraf ermöglichte. Im Westen war der Tunnel eingestürzt und ein Zwerg arbeitete seit jeher fieberhaft daran, den Weg in einen unbekannten Teil des Mondes freizulegen. Nicht weit vom Zwerg entfernt befand sich ein kleiner Satz Türme, die von zwei Zauberern überwacht wurden. Diese Türme waren so eingestellt, dass sie Reisende automatisch zurück nach Noraf transportierten. Jedoch wechselte dieser im Gegensatz zu den anderen drei Turmgruppen zwischen den beiden Reisezielen Odus und Vilius. Im Süden befand sich ein Tunnel, der einerseits zum Bazar Shadow Havens und zum Kunak Nexus Ableger führte. Im Osten befand sich ein Transporter, der im Wesentlichen eine Abkürzung nach Shadow Haven darstellte und eine Reisemöglichkeit zum Antonica Nexus Ableger bot. Und schließlich war im Norden der Weg durch das Never Be In Lear Richtung Mondoberfläche mit dem Fateware Nexus Ableger. Der Nexus selbst war offensichtlich ein entscheidender Knotenpunkt für Reisen und auch ein Treffpunkt für viele Abenteurer, um ihre Expeditionen zu planen. Das Never Be In Lear war der erste Ausbau des Combined Empire, der mit viel Anstrengung bewältigt wurde, um dem Mondinneren zum Entkommen. Später war es hauptsächlich nur noch ein großer Korridor, der von aufwändigen Säulen und Bögen getragen wurde. Der von Schutt und Geröll bedeckte Boden vermochte dem Ganzen zwar ein unsicheres Erscheinungsbild, doch wurde der Korridor sowohl durch Inquisitionswächter aus St. Dossero als auch den Wachen aus Shadow Haven sicher gehalten. Nahe man den Hauptkorridor nach Süden, wurden Reisende zu den Dornshroud Peaks geführt. Während man durch den westlichen Korridor in die durchsengende Hitze geplagte Einöde von Marusero gelangte. Die Region um die Korridore hatte ihren Namen allerdings von ihren ursprünglichen Einwohnern des Mondes erhalten, die dort lange vor Ankunft der Noritianer lebten. Viele lebten zwar auch noch nach der Ankunft des Combine Empires in diesem Bereich, doch sie versteckten sich in den tieferen Höhlensystemen abseits der Hauptwege und ließen Reisende im Allgemeinen in Ruhe. Einige Tunnel in der Nähe der Dornshroud Peaks wurden von der primitivsten Sorte von Galorianern bewohnt, den Troglodyten. Außerdem gab es auch eine große Population an Pilzwesen, die für junge Reisende besonders gefährlich sein konnte. Weitestgehend war das Never Been Lear aber eine Hauptverkehrsader für Reisende, die von Shadow Haven und The Nexus in die restlichen Gebiete Loughlins reisen wollten. Die Dornshroud Peaks waren für Neuankömmlinge oft der Ort, an dem sie zum ersten Mal die Oberfläche Loughlins zu Gesicht bekamen. Vorher waren sie aus der Stadt Shadow Haven durch das Never Been Lear gekommen. Die sanften Hügel von Dornshroud waren mit leuchtend grünem Gras und weit verstreuten, schwankenden Bäumen bedeckt. Gelegentlich fanden sich auch Teiche mit kristallklarem Wasser. Im Westen lag Sankt Ducero, die Festung der Inquisitionsbewegung. Mehrere Gruppen verschiedener Mondbewohner hatten rund um Dornshroud ihre Lager aufgeschlagen. Sie boten im Zustrom der Neuankömmlinge ihre Dienste und Waren an, was sehr lukrativ erschien. Im Osten lag das Gebiet Maidens Eye in ewiger Dämmerung. Es war das letzte Gebiet, in dem die ursprünglichen Herrscher des Mondes, die Akeva, lebten und ihre Macht ausübten. Im Süden lag ein Eingang zu Greeks End, der Burg des Geomanten Greek Pheneficus, mit dessen Wissen es erst möglich geworden war, über Teleportation auf den Mond zu reisen. Nur wenige kehrten jemals von einer Reise in Greeks End zurück. Viele seltsame Kreaturen durchstreiften die Hügel, darunter riesige Tausendfüßler, die als Lightcrawler bekannt waren. Mit Pilzen bewachsene Pilzmenschen und Wölfe. In einem Höhlensystem im Nordosten lebten die Galora, eine Rasse von rothäutigen Höhlenbewohnern. Sie wurden von bösartigen zweifüßigen Reptilien, den sogenannten Rockhoppers, aus ihrer Heimat vertrieben. Im Südwesten befand sich ein Steingebäude, das für diese Region scheinbar fehl am Platz war. Hier stellte ein Zwerg namens Kantech Orgbane Waffen und Rüstungen her, die nur ein Meisterschmied aus Kaladim herstellen konnte. Er verließ einst die Stadt Shadowhaven, als er die unglaublich robusten Lightcrawler-Panzer in Dawnshrow Peaks für seine Handwerkskunst entdeckte. Insgesamt bot Dawnshrow Peaks viel Interessantes für eher erfahrene und gut ausgerüstete Abenteurer. Marocero war eine unfruchtbare Ödnis, dessen gehärteter weißer Sand seit Anbeginn der Zeit dem ewigen Sonnenlicht ausgesetzt war. Die meisten Abenteurer wurden bei ihrer Ankunft von diesem Anblick geblendet. Von hier aus musste man sehr weit südlich reisen, um nach Sancto Cero zu gelangen. Der Inquisitionsfestung Ceros Im ganzen Marocero gab es Lager der Rekuso-Banditen. Hierbei handelte es sich um Ausgestoßene von Sancto Cero, die der dortigen Hinrichtung nicht würdig erschienen. Meistens griffen diese Banditen Reisende im blanken Akt des eigenen Überlebens an. Einige wenige suchten stattdessen den Kontakt zu Reisenden und warnten vor den verdrehten Ansichten und dem Kodex, der in Sancto Cero verbreitet wurde. Das Klima in dieser Region war hart und ehrlich gesagt, es gab auch nicht viel mehr zu sehen, als das bisher erwähnte. Marocero war in erster Linie nur ein nützlicher Weg für Abenteurer auf dem Weg zum Sraschesa-Tempel.